Und dazu begrüße ich jetzt den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Grüß Gott, Herr Herrmann. Hallo, grüß Gott. Ja, in unserem Film blicken wir bewusst nach Würzburg. Messerattacke in einem Kaufhaus, ein Axtangriff in einem Zug. Inwieweit haben sich die Einsätze in den vergangenen Jahren verändert? Nun, wir haben auf jeden Fall in den letzten Jahren mit Terroranschlägen, mit Amokläufen und ähnlichen Situationen schon ganz schwierige Belastungen für die Einsatzkräfte erlebt. Es sind schreckliche Situationen für die eigentlichen Opfer, aber eben auch enorme Belastungen für die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Beamten, genauso wie natürlich auch für Notärzte, für Rettungskräfte. Was bedeutet das jetzt genau für die Polizistinnen und Polizisten? Nun, zum einen, wir müssen uns in der Ausbildung noch stärker darauf vorbereiten. Das sind wichtige Themen. Das ist Gott sei Dank nicht der ganz normale Alltag, nicht das, was einem Polizeibeamten, einer Beamtin jeden Tag begegnet. Aber alle Kolleginnen und Kollegen müssen dafür vorbereitet sein, ausgebildet sein. Wir haben die Bewaffnung, wir haben die Schutzausrüstung in den letzten Jahren deutlich verbessert für solche Situationen. Aber es kommt dann natürlich auch der mentale Umgang damit dazu. Die entsprechende auch psychologische Vorbereitung und auch der entsprechende psychologische Dienst der Polizei, der zur Verfügung steht, um solche Situationen dann auch nachzubereiten. Das Augenmerk in der Ausbildung liegt ja stark auf den körperlichen Fähigkeiten. Kommt da vielleicht manchmal die seelische Komponente zu kurz? Nun, wir haben in der Ausbildung sehr wohl auch solche psychologischen Elemente. Wichtig ist mir da auch natürlich auch der Einsatz der Polizeiseelsorger, die ja in das Ausbildungsprogramm eingebunden sind, aber dann gegebenenfalls auch zur Nachbereitung immer wieder zur Verfügung stehen. Also wirklich in der ganzen Breite. Trotzdem ist es natürlich auch wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen eigentlich auch mit dem nötigen Selbstvertrauen in solche Situationen gehen. Und das Selbstvertrauen wächst, wenn man gut ausgebildet ist, wenn man sich das selbst zutraut, mit einer solchen Situation auch fertig zu werden. Die Opfer und deren Angehörige stehen natürlich im Mittelpunkt. Dann wird auch immer viel über den Täter berichtet. Inwieweit legen Sie das Augenmerk auf die Helfer? Also die Polizistinnen und Polizisten muss da vielleicht doch noch mehr passieren, jetzt schon in der Ausbildung, schon in der Auswahl der angehenden Polizisten? Mir ist das natürlich sehr wichtig, dass wir das mit im Auge haben. Das gilt hinterher für die Danksagung. Das gilt auch jetzt kürzlich wieder nach dem schrecklichen Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen. Der herzliche Dank an den großartigen Einsatz. So schlimm das einzelne Ereignis auch ist, dann doch den Polizeibeamtinnen und Beamten, den Feuerwählern, den Rettungskräften. Da auch Dank zu sagen für einen großartigen Einsatz, der Ihnen manchmal auch persönlich in der Seele sehr nahe geht. Das ist wichtig und ich denke, dass wir da auch insofern ganz gut vorangekommen sind. Trotzdem wissen wir immer, aus jedem Einsatz, aus jeder solchen schrecklichen Erfahrung müssen wir immer wieder lernen. Das fließt dann wiederum zum Beispiel in die Ausbildungssituation, in die Unterrichtung mit ein, aber natürlich auch in Einsatzkonzeptionen. Sie sagen es gerade, das Zugunglück war ganz schrecklich, schreckliche Bilder, sind es eine. Zugleich erfahren immer mehr Beamte bei Einsätzen wie zum Beispiel bei Demonstrationen fehlten Respekt oder sogar Gewalt. Wie reagieren Sie darauf? Das, ich sage es jetzt einmal sehr salopp, nervt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen auch. Das war jetzt in der Corona-Situation wirklich wiederholt, was man da an Querdenkern begegnet ist, wie viele Leute sich da zum Teil dann auch gehässig auf die Polizei geäußert haben. Das ist schon schwierig zu verdauen. Trotzdem spüren, glaube ich, die ganz große Mehrheit unserer Polizistinnen und Polizisten immer wieder, dass jedenfalls die ganz große Mehrheit der Bevölkerung auch wirklich Vertrauen in unsere Polizei hat. Wir haben einen starken Rückhalt in der Mehrheit der Bevölkerung für die Arbeit unserer Polizei. Und das ist wichtig und es ist gut, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch immer wieder spüren. Mir ist es gerade in den letzten Tagen auch von vielen Gelegenheiten wieder berichtet worden, wo auch zum Beispiel bei Volksfesten wie zum Beispiel der Erlanger Bergkirchweih die Polizisten spüren, wie viele Bürgerinnen und Bürger ihnen ausgesprochen positiv und freundlich begegnen. Aber das andere muss man leider auch sehr ernst nehmen. Es gibt auch zunehmend Gewalttätigkeit. Das sind manchmal Besoffene am Wochenende, aber es sind auch andere, die aus politischen Gründen brutal gegen Polizei vorgehen. Das muss man ernst nehmen. Und deshalb war es mir in den letzten Jahren auch wichtig, dass ja auch der Bundesgesetzgeber den Strafrahmen für den Angriff auf Einsatzkräfte deutlich erhöht hat. Es bleibt also noch viel zu tun. Vielen Dank für die Informationen, Herr Herrmann. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Vielen Dank für's Zuschauen.